Sie will auf den NATO-Gipfel klettern. So schlecht. Alter. Wann ich mal lachen? Oder, deine Mutter ist so dumm, die bindet sich ein Dreirad auf den Rücken und ruft Transformen. Transformieren, das also so. Transformieren, würd ich sagen. Sollen wir hier auch mal Bäume anpflanzen? Oh, wir haben hier eine Bäume. Da doch nicht. Doch. Da kommen Pflanzen hin. Pflanzen, da haben sie hin. Machen wir ein paar Bäumchen. Was sollen wir überhaupt in dieser Welt bauen, Junge? Keine Ahnung. Ich hab grad keinen Plan, was ich machen soll. Hm, ich hab noch mehr. Hast du die Kiste gemacht? Ja. Nee, die war schon von Anfang an. Hä, aber ich hab keine Kiste gemacht. Hä, was? Ich hab keine Kiste gemacht, oder? So, in diesen Platzen bin ich das noch nicht. Okay. Wenn du's sagst. Was? Es wird dunkel. Wunder. 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 Ja, was ist? Ich hab irgendwie voll Bock. Soll ich die Karotten wegmachen? Warte, das mach ich gleich. Ich geh mal. Ich geh mal. Ich roll in die Miene. Hast du nochmal ne neue Miene angefangen? Nein. Nein, das ist bloß die, wo da war, das war so ein, ähm schon Anfangsloch. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ja, ja. Oh, mein Bursche. Ähm. Sieht aus wie Ender. Hm? Schau das da wenig. Was machst du da eigentlich? Ich glaub da unten hab ich Eisen gefunden. Was hast du hier? Komm, lass mal pennen. What's going on? Lies mal die nächsten, äh, den nächsten Witz vor. Ähm. Ähm. Deine Mutter ist so dumm, die dreht Quadrate bei Tetris. Alter. Alle Frauen werden schön, wenn man sich bedrängt. Außer deine Mutter. Wollen wir was sagen, die überhaupt jetzt machen? Ich hab Brot. Deine Mutter ist so dumm, die verliert beim Schacht in zwei Zügen. He. Alter. Zweideutig. Zweideutig. In zwei Zügen. Zwei verschiedene Züge, womit man fahren kann. Und dann einfach noch zwei Züge mit dem Schacht übern. Creeper! Und Endermen! Nein, bist du mit? Hä? Juna, das ist schuld einfach. Ich brauch die Pfeil, ich brauch die Pfeil. Bra! Egal, bei uns sind gleichzeitig Creeper explodiert. Hey! Zombie! Vorsicht, von hinten kommt ein Creeper. Creeper? Da war zumindest einer. Ach da. Hier ist jetzt einer. Muckst dich, du Opfer. Das Zombie räck mich ja nicht an. Das Zombie. Du bist Zombie. Ich auch immer gut Deutschen tue. Gut gedeutet, Alter. Hab letztens fünf Geld für Deutschkurs ausgegeben. Hat sie wohl gewohnt, oder? Okay. Bin ich dran? Ja. Und du wirst bedankt. Die zwei Züge waren mir. Wenn deine Mutter in den Zoo geht, drehen die Pferde alle Schilder mit Nicht-Füttern in Richtung Käfig. So scheiße, der Witz. Da ist ein Sarf. Toll. Das Sarf ist da. Ich find's besser. Ich find's besser, wenn Schafe auch Fleisch geben würden. Ja. Und deswegen mit so einem Verbrennungsschwert einfach mal. Ja, aber hier kannst du nichts verzaubern. Was ist so neuerlich? Nick hat letztens gesagt, dass es schon ein neues Update für Minecraft gibt. Weißt du welchen Nick ich meine? Nick Baumann? Nee, nee. Das ist jemand aus Hannas Klasse, Alter. Ja, genau. Dieser Typ da. Echt? Diesen abnormall langen Haaren da. Wo sie so hoch stellt da. Ach, der. Ach, der. Spaß. Der stellt die doch immer hoch. Mhm. Und dann sind die so abnormall lang. Ich sprech nicht von dem. Das ist unter unserem Niveau. Die Zuschauer haben es nicht verdient. Egal. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Einen Scheiß solltest du sagen. Irgendwas mit Minecraft-Updates. Ach so, ja genau. Er hat irgendwie gesagt, dass er seine Freunde und das neue Update hat. Oh. Obwohl es noch gar nicht geht. Der hat wahrscheinlich games an der Playsee. Ja. Ja. Ich glaube, das hätte er nicht gesagt, dass es bei der Pocket Edition ist. Also von dem her. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Scheiß habe ich. Ja. So sieht so aus. So, was sollen wir jetzt machen? Ich brauche keine Ahnung. So sollen wir noch Fragen vorlesen? Und wenn, ja, wie viele. Deine Mutter spuckt auf dich und schreibt Aqua Gnarren. Schlechter kann man wird sie auch nicht gestalten. Ich guck jetzt einfach mal her. Ihr kennt ja bestimmt so Internetseiten, auf denen man Fragen stellen kann. Und da gibt es halt so ein paar verschiedene Fragen, die eigentlich so stupid sind, dass man sich die in den Arsch stecken kann. Nämlich das erste, sind ich Hühner, Tiere oder Vögel? Ich würde sagen, Tiere oder Vögel? Herr Schorrecht. Ah, keine Ahnung. Ich weiß die Wunder, dass er ein Schwarzer ist. Der ist ja auch blind, Alter. Ein schwarzer, blinder Typ. Hopfer. Muss ich schon sagen. Wenn ich mich selbst esse, werde ich dann doppelt so dick oder verschwinde ich komplett. Warte, komm mal dran. Warte, muss mein Stein hin. Achte. Welche? Welche, die da? Ja. 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 Ähm, nächste Frage. Wird man vom Duschen schwanger? Klar. Klar. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich bin auch schon zweimal schwanger geworden. Geil. Okay, nächste Frage. Kennt man sein... Warte, ich... Kann man. Kennt man. Ja, ich bin nicht best in lesen. Sieht aber so aus. Boah, das war nicht voll. Ja, genau. Ich bin so ein Streber. Wie so eine Nerdbrille. Ich hab nicht. Kann man seine Gebärmutter auch... Auf? Auch. Auf? Auf Ebay verkaufen. Ja. Wieso nicht? Also. Warte, die letzte... Da musst du auch mal das da vorlesen. Ja, danke. Das muss ich noch mal lesen. Werden die Menschen je auf der Sonne laufen. Hä, musst du dich jetzt wirklich vorlesen? Ja. Ja, lesen. Nicht so vor. Ich kann auch noch ein wenig nicht schon lesen. Ich hab grad nur ein bisschen geträumt und dachte mir, wie irre das doch eigentlich ist, dass Leute auf dem Mars und auf dem Mond waren. Ich frage mich, ob ihr glaubt, dass auch mal jemand auf der Sonne langläuft. Jetzt kommt's. Ich weiß, dass es da ziemlich heiß ist. Aber wenn sie im Winter hinfahren, wenn die Sonne nur so ein Grad hat, ist das doch bestimmt möglich. Alter. Dummheit wächst nicht. Sie ist schon seit Geburtstag. Wie kann ich meine Rasse wechseln? Gibt es Autogramme von Jesus Christus? Deine Mutter verfährt sich in McDrive. Genau. Warum gegen Krokodile schwul? Glaubt ihr, dass Gewitter von der Nase erfunden wurden, um Weltformschlachten zu vertuschen? Also. So sehe ich aus. Theoretisch sollte ich was essen. Theoretisch? Ich hab'n Brot von hier vorn gemacht. Warum lieben eigentlich alle John Lennon? Gibt es ein Zauberspruch, der, der wirklich funktioniert und der mich zur Meerjungfrau macht? Vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Bestimmt. Das ist, wenn du spasst. Und du schlägst mich einfach, du. Du, 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 du. Ich hätte es zu... Oh, wenn du... Wie schlecht ist das, die Frage? Ich versche mich doch eh nicht. Fuck. Da muss schon King im Treffen sein, ne? Du hast voll daneben getroffen, ne Lunge. Fuck! Danke für den Fall, ne? Ich hab' nicht riesen Bogen in der Kiste. Hey, cool, dann kann ich mal ja nehmen. Nur das, dann ist die. Äh, ist nur mein Spiel, aber sonst. Wie viele Kalorien hat ein Toko? Oh, keine Ahnung. Boah, 50 bestimmt. Oh, jetzt kommt also. Wird mein Laptop schwerer, wenn ich mehr Dateien drauf lade? Scheiße. Oder, Hilfe, ich krieg' meinen Penis nicht mehr aus dem Toaster raus. Als ob. Ich hab' meinen nur nie da reingesteckt, du? Sorry, I'm VIP. Sorry, I'm VIP. Nein, so ne Scheiße. Opfer. Hey, Spass. Schau, ich kann treffen. Und ich kann auch nicht mal was essen, du. Ja, hast du nichts zum Essen. Doch, mal für. Wie hast du denn so ne Sachen? Oh, diese Jungs. Wie werde ich mein... Kacke, was mach' ich eigentlich? Ja, hast schon recht. Wie werde ich mein kleines Zeh los? Wird man von Duschen schwanger, kann man seine... Ja, okay. Das hab' ich schon gemacht, diese... Oh, egal. Weißt du was, ich grad' glaube... Alter, das wär' jetzt echt scheiße. Wir sind schon bei 21 Minuten. Und meine Folgen gehen normalerweise plus 10 Minuten. Und dann müssten wir jetzt Schlimmes machen. Ja. Wäre Michael Jackson noch am Leben, wenn er nicht gestorben wäre? Ah, nein! Auf jeden Fall nicht. Also, war's das jetzt erst mal? Ja, für die Number One-Folge von Mutterwitzen bei Minecraft und Fragen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und abonnieren unbedingt. Wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich, plus. Natürlich. Sonst könnt ihr euch einfach auf Piss nur wieder gehen, tschüss. Okay, egal. Also, ciao, Leute. Ja.